Oh, Eisenbjerg-Tar, der Qual. Mir wollen wir noch Macmillan bekommen. Ich werd langsam satt. Ich war noch immer bei Colin. Das ist halt nicht schlimm, aber... Romisch. Bin die Besessenheit? Oh, es ist ein Omi. Omi, ja genau. Wie, meine Oma ist dabei? Ich bin der Opie, ich bin hier. Wo ist meine Omi? Was ist meine Omi? Also Omi, so rum. Ach so. Lewe, kommst du. Ich geh immer schon auf den Weg. Da kommt Omi. Machst du nicht mehr als du? Papa, ich hab schon Jen angefasst. Oh mein Gott. Sie sind zu liegen gefunden. Liegt doch gleich schon wieder. Wo kommen wir? Was ist guter? Ah, der hat Dings hier. Äh, verblüffend hat der. Oh nein. Also ne, Fenstersperrung. Okay, ich weiß schon mal wer direkt liegt. Ich weiß schon wer nur noch in Schränke gehen wird. Schrank, Mann. Lewe, mach dir nix aus, das war ich früher gewesen. Das bist du auch immer noch. Woher denkst du, von wem ich das habe? Jaja. Ich hab immer gesehen, dass du mit so viel in Zeit gehst und das ist immer voll witzig. Ja, ich mach's ja nicht mehr so oft wie du jetzt. Ja, aber das, ich hab das immer mit dir gesehen, das ist voll witzig. Ja, komisch, das ist voll witzig. Seit dem Leven da ist, machst du es gar nicht mehr so oft. Das ist halt voll witzig, wenn die bei einem gucken und so. Alter, wachst du gerade in nem Schrank? Hm. Ich hab den, ich hab grad deine Aura aus dem Schrank gelaschen gesehen. Er ist bei mir aufm Berg. Wir gehen ins Eisenberg. Alter, musst du jetzt retten. Ich renne ja schon wieder wie so'n blöden Mann. Nee. Oh, nee, ja klar, oh nee, Alter, deine Mutter. Ja, der ist bei mir. Ja, dann geh ich retten. Das ist doch schon wieder so einer, das seh' ich doch schon. Oh, man hat bei mir sogar gezappelt. Ist doch nicht so gezappelt, hm? Hast du jetzt schon die Schreckballe geglaubt? Bist du einfach durchs Fenster gehüpft? Ja. Oh, wir machen im Hauptgebäude den Jan. Ja. Der hat Kohldampf. Oh mein Gott. Vorsicht. Ein Zug kommt. Oh Scheiße. Ein großer Mann. Ist das sauer? Ja, er geht weg von mir. Er ist weg. Oh mein Gott. Wie? Ey, wie? Er wusste doch, dass wir in dem Gen waren. Ja, aber er dreht sich um 30 Ecken. Ja, das kann der. Das ist doch nicht PC-Spieler. Das geht doch gar nicht. Ja, gut, ohne Spiel können nur PC-Spieler. Mann, ich hatte PC-Spieler. Mich auch. Ja, er ist nicht der. Hallo. Du bleibst da mich auch als zugegeben. Wenn ich hab dann noch, bist du ja keiner. Ja, wenn du mich dann da hast. Der kann wieder nix. Der kann wieder nix. Der kann wieder nix. Nee, mach, mach, mach. Ja, Papa. Ja. Ah, ne, ne, ich hau mal lieber ab. Er ist weg, er ist weg von mir. Hm, und sitzt hinter uns hin. Ohne Smash. Ohne Smash. Ohne Smash. Das ist ein Pfosten, Alter. Ein Generator! Krass. Schön wie er wieder spielt, Alter. der dröhner auf der ist von vor zwei jahren oder drei oh mein gott er konnte mir einfach die jene und dann nicht hin heute darf jeder und fast runter ich hab kein bock auf den 1 der pop-up lächelt sich der jahre schlägt in 30 Ecken und dann sind Kack Blasen noch bekommt die halle es heißt publis der kommt hinter dir jaja hier, der Opie kommt schon ja natürlich oh mein Gott ja, das ist ihnen ein Problem gekannt Assi-Killer, Alter ah oh oh der ist voll dumm eigentlich für dich ist doch jeder ein Assi-Killer ja, ich bin ja auch alle so assisch das ist doch schon nicht mehr normal ey, ich war an ich bin an einem Baum festgehangen ich, ne aber nein oh der kommt, der kommt hier hin man, ich hasse Bäume ich hoffe die werden alle gefällt und abgesägt da kommt wieder zu mir Irgendwie hast du gesehen, dass der Tift da hat? Das ist ein Uni, wahrscheinlich schon. Hier haben wir Paletten. Hier sind keine Paletten mehr. Oh mein Gott! Uni, warte mal kurz. Uni! Uni Palette. Oh, rotoglief. Auf der Seite, auf der ich bin, ist genau keinen drin. Scheiße. Mein Körper ist gleich gesmashed. Geil, Alter. Er kann dich hier nicht, auch wenn ich hier gestorben bin. Ja, aber... Ja, aber... Eisenwerk. Geil, was hat der denn jetzt mit dem Generator ausgesehen? Ich fahre im Generator. Fast runter, fast runter, fast runter. Oh mein Gott. Ich könnte kotzen, Alter. Das wäre schon wieder... Manchmal sieht das echt so aus, als wärst du schon... Hättest du schon bis zum Anschlag und kommst trotzdem nicht. Also das... Ja, sah ja auch schon so aus, aber... Der wird direkt angeohnt. Ja, normal. Der hat seinen Power bereit. Ja. Da. Da. Da war ich doch. Der Penner, Alter. Ich glaube, der ist ziemlich wach. Penner so trotzdem. Der Penner, der ist mit meinem Wachstum. Der hat er ausgeschenkt. Und ich glaube, da ist das jetzt. Der ist nicht ganz toll. Es ist glücklich, ja. Hier kriegt er mich nicht raus, er muss vorher die Wannen kaputt machen. Ein paar Punkte mitnehmen. Jetzt schon wieder voll. Guck mal hier wie ich hier stehe, mit einem Bein in der Luft, siehst du das? Guck mal hier. Oh! Geht er wieder hoch? Äh, was macht der da oben jetzt? Er holt sich die Bubbles oder was? Der ist doch schon voll. Die Bubbles. Was hast du jetzt gemacht in der Zeit, hm? Ich hab nen Gin gemacht. Ja? Ja. Habe ich nicht gesehen. Dann guckst du halt nicht. Doch, das sieht man hier links am Bild. Ich weiß, ich hab nen Gin gemacht. Willst du Videobeweis oder was? Ja. Ich krieg dir gleich. Was macht der jetzt? Ist der dumm oder was? Nee, ich glaub der will... Kills haben. Kriegt aber keiner. Ein Fisch. Ich mach die Levin-Trick. Ich, ich hätte wenigstens einen Gin gemacht. Ich hab doch einen Gin gemacht, Levin. Ja gut, aber erst als angefangen wurde zu jagen. Ja. Nein, davor hab ich auch schon dran gesessen. Brauch ich mir nie rennen. Nein, lass es, lass, lass, lass. Ich bin direkt neben mir. Ah, 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 ah. Der kommt doch jetzt eh wieder angerauscht. Sag, da kommt doch. Oh nein, oh, die Smash hat mich und dich gesehen. Er wird es niemals erfahren. Er wird es niemals sehen. Er wird mich nicht finden. In dem Schrank. Er hat mich wirklich nicht gefunden. Oh nein. Was? Äh? Die Schranktüren, Digga. Das gibt's doch echt nicht. Wer wusste überhaupt, dass du da rum bist? Ne, weil er mich da ja gesehen hat und er hat den anderen Schrank auch schon durchsucht. Aber, aber, aber ich bin zeitlich rausgesprungen. Dieses Spiel will mich flaxen. Ja, es ist normal. Hab ich auch schon tausend Mal gehabt. Ja. Es ist normal, das Spiel ich verarschen will. Mhm. Ähm. Wo bist du denn? Bist du im Schrank? Da oben bist du. Mal als wirst du gejagt. Auf meine Güte. Ja. Was machst du denn die ganze Zeit? Ja. 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 Na. Ja. Ich hab gedacht, er kommt von der anderen Seite. Aber man muss ja nicht immer denken, die Killer sind schlau. Clemens Papa, du denkst zu gut, dass die Killer so schlau sind. Jaja, genau. Aber er ist halt einfach normal. Also er läuft einfach so dumm. Da lang. Ja. Das ist was zu sehen. Ich hab's echt gesagt, er kommt von der Seite. Weil er ja gesehen hat, dass ich hier da langlaufe. Und wahrscheinlich gedacht hat, ich komm von da. Aber... Ab Insepalett. Ja. Weil wenn der mich aufhebt... Dann spring ich raus und rettet den Scheiß. Genau, genau. Können wir nur ein bisschen flachsen, ja. Nee, nee. Ansonsten... Du kannst doch drin bleiben. Ja. Ab in the Palette! Er hat die Türen oben aufgemacht, deswegen ist er da hochgegangen. Nee, er ist da nicht drin. Er ist da nicht drin. Dumm oder was? Ist das ihm noch nie liegen? Ja, ja. Er ist weg. Hat er nicht gesehen, wie er im Schrank gegangen ist? Nee, er hat wieder die Schränke durch, weil er wieder erwartet hat. Ah, stimmt, er ist verblüffend. Was ist ein Arsch-Banane? Ah, ich fand ihn aber schlecht. No! Wollte er eigentlich auch noch auf ihn zeigen, aber... No! Warte mal, warte mal. Du musst da oben kriechen. Hier ist kein Haken, ne? Dürfte keiner sein. Du bist doch einmal fast abgehangen worden. Kriegst du weit rein hier, wie du kannst? Was? Ja, weil es sind ja zwei... Da kann ja der hinten raus und hier raus. Muss in der Mitte so bleiben. Da ist er. Ja. Hm? 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 Nee, ich würde denn da oben kriechen müssen. Ja. Oh, die Luke war da. Ja. Aus'n Schwein. Ach, grottenschlecht war der. Hm, nur weil er Paletten gefressen hat? Ja, ich... will den auch still nicht weggerannt. Na, ich bin doch den ganzen Tag nicht gekriegt. Ich fand den nicht gut. Was ist der denn mit? Hm? Opferkuchen. Ja, vom... 5. Geburtstag. Ja, aber das war ein Affe. Ja. Ich wusste ja, der Typ. schlammelt. Weil der ist was rauszukommen. Uneinigkeit. Okay. Uneinigkeit. Blüffn. Okoswiedel. Schiffschlecht. Oh, ja. Geh' auch mal die halben Plan-Perks mit. Hm, 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 hm. Doch, musst du denn schon Schluss machen. Ja, die... weil die morgen unterwegs ist. Die morgen auch Kirmes. Echt? Kirmes? Ja, in Düsseldorf. You imagine. Hm. Ein Leben außerhalb vom Gaming haben. Peinlich. Ist ja peinlich, ehrlich. Ja. Das ist peinlich. Haben wir dich gezwungen mitzukommen? Ja, ja. Ah, ok. Ich bin davon also gar nicht gegangen. Weil das ist schon sehr, sehr, sehr merkwürdig. Dass du außerhalb des Gaming's noch ein Leben hast. Hm. 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 Oh. 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 Ich habe da keine Ahnung, wo du schlafen musst. naja ja stimmt wann wollte er los geht hier los morgen früh schon weil chemis ist doch ich bin doch nicht von morgens bis abends in der chemis komm ich auch nicht ich weiß nur doch nicht morgen früh irgendwann ok dann machen wir das essen und dann los mit bus und bahnfahrt hier ja weiß ich nicht spiel ich noch oder spiel ich vielleicht über den last of us m eigentlich muss ich meine dass das weiterkommen m m es kommt so an wenn ich noch eines habe dann m 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 mit einer rosa glüfel ich verfolge mich der rosa hier schon im spiel auch rosa glüfel die dich anstarrt auch noch nähe dich hier ohne zu lange gesehen zu werden und um nicht gefährdet zu werden hat das sind scheiß ich habe in meinem weil ich noch nicht ja ja habe ich gerade auch mit dem opa auch noch gehabt jetzt leider nicht mehr abkomm ich trete direkt der blieb an der tauschenlampe ja so dann bis morgen Abend oder so mal diesen Morgen Abend ja bis ciao tschö Ich glaube, ich nehme jetzt einfach jede Map einmal als Opfergabe, die ich habe. Nein, nicht jede. Boah, nicht jede, bitte. Auch RPD. Nein. Der RPD ist ja auch in Ordnung, aber... Ich fange an mit außerirdische Flora. Was willst du von mir? Ich fange an mit außerirdische Flora. Nein. Erhöht enorm die Wahrscheinlichkeit, zur Karte Trober Landeplatz geschickt zu werden. Wunsch mir, wie du wählst, ist Kornhundfarm. Erhöht enorm die Wahrscheinlichkeit, zum Autohin, zum Frottplatz geschickt zu werden. Oder Schottplatz oder McMillen. Erhöht enorm die Wahrscheinlichkeit, nach Ormond geschickt zu werden. Oder Ormond. Erhöht enorm die Wahrscheinlichkeit, nach Springwood geschickt zu werden. In den Roten Wald. Ne, Springwood mag ich nicht. Verkümmerte Insel. Ja, Springwood, ja, Springwood ist auch. Bergwatersumpf nehme ich gerne. Kornhundfarm. Nein, auf keinen Fall Sumpf. Zu verarschen. Marys Gedenken Institut ist sehr schön. Jetzt habe ich mal eine Karte, weil wir leben in so eine Scheiße mit einer. Einsamer Frito, Macmillan, Mary Smith, Midwich Elementary School. Ich nehme auch keine Karte davon. Aber ich nehme bestimmt mal eine mit. Puzzleteil, also Fleischfabrik. Das ist dezimierte Borgo. RPD-Abzeichen. Kornhundfarm. RPD, die mich jetzt. Schwa, äh, ja. Und wenn du RPD nimmst, weiß ich direkt, was Altyöf auf Playstation ist. Das ist ja nicht schlimm. Hattenfields, Grotus Penzuflucht. ok anwesen wusste das noch nicht wenn du kriegst kommt ein bord soll jetzt aber kommen beim nächsten update da wollen die machen wenn weil es gibt die leute kriegen viele die quitten weil ich keinen bock mehr haben oder so oder weil sie beim ersten mal umgehauen worden sind und das anders geplant war von den survivern wird das wird ja durch ein bot ersetzt aber als killer kommt dann ein botkiller oder der killer weiß ich nicht reden weiß noch von zu wollen weil das dann halt dort kommt ja und das hat wie gesagt mit keller skate reinkommt als survivor der kommt am 25 juli nikola skate schauspieler das ist wahrscheinlich auch ein dvd spieler der aus dieser gute schauspieler wie soll er aussehen wie ein mensch aber das verlagert schon ne ja ich glaub der ist auch schon 50 oder so er hat der dinge gespielt aus harry potter diesen komischen weißen ohne nase weiß ich nicht ich habe harry potter nicht geguckt ich weiß es nicht ich habe harry potter nicht geguckt der sieht aus wie waldemort komische mit der weißen nase warte ich bin bei nikola skate schauspieler ich bin warte nicht gesperrt warte nicht gesperrt nikola skate schauspieler die sich aber komisch aussetzen ich hoffe der hat äh zu zutage ich habe gar nichts mehr hier zum essen ich habe fit reserven der der die 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 und geburtstag wer hätte es gedacht wer hätte das jeder stimmt wir kriegen die küchen jetzt kann ich muss jetzt aufpassen alle verschwinden ich habe noch ein Mastermind wenn wir mir steht bei mir noch das ist noch nicht einmal war es dann haben wir jetzt Mastermind was ist Stinky das ist nix für dich das ist nix für dich mein Stinky Bär doch einmal habe ich glaube ich gegen den Schuh gespielt dürft ihr aber nicht anzeigen jedoch ich weiß nicht ich weiß ich weiß nicht so genau überlegen was machst du da für irgendwelche Videos Nicolas Cage von Nicolas Cage welchen Film was ist warst du ein Filmtrailer oder was Trailer von The Daylight ach so Laura Trailer hm ich glaube die haben schon viele gespielt das glaube ich auch schon meine ich mhm das hat dann auch schon gespielt ja ja ne ich bin durch die Nase gezogen in seinem Video äh ich bin äh es ist es random hallo wir sind alles drin wir sind schon verseucht hallo ich lass mich mal durch hallo da kommt da da angeflitzt ja was ist das eigentlich für ein Virus was bringt der ja man schaut wenn er voll ist ja oh geht das so schnell ja deine verfickte Mutter alter verpiss dich doch man behält die Flasche für immer nee zweimal das ist ja man das zu sehen ne gegen ihn hab ich nicht einmal gespielt Louis man hat den Job hey Louis bleibt da stehen ich kann die man kann die Autorin er ist weg oh gott der Tüftler der ist plötzlich verschwunden dann kann man der es wird die Aura angezeigt wie man sich fertig spät ne ja 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 der hat aber Tüftler glaube ich der ist hier der ist ohne Terroradies hingekommen soja man das ist den wollen wir was ich bin bis Tüftler ey Tüftler ey der wir angerannt kommt Junge ey ey so gut wie der Typ boah fett gegen jemand geklatscht boah fett gegen jemand geklatscht wie kam man denn um die Ecke driften alter ver... verpißtig man verpißtig man wer ist weg der arme randy wie viele von den den pullen hat man eigentlich ich weiß nicht glaube es sind zwei pro kiste drin und ich glaube vier fünf kisten sind da sind hier jaja zwei pro kisten sind noch von 1 bebringt für zwei leute weil zwei spraeys sind komplett weg definitiv zwei mach den gen am bär der hat der hat wofi meinen jagt jemanden mich erjagt achso sag doch was Master Trottel, ja der kommt jetzt zu uns oder? Ja er ist weg, er ist weg, er ist weg Da ist noch ein Generator, ich wollte am Main wieder gehen Master Man würde ich gerne aber auch spielen, ich finde Wesker einfach cool Ja der Wesker an sich ist cool, aber ich weiß nicht ey, ich hab den noch nie gespielt deswegen Ich glaube es ist kompliziert zu spielen glaube ich Ja genau so wie Nurse oder Huntress Stehst du nicht drauf ne? Doch Huntress mag ich, ich spiele das selber Huntress bin ich selber du Ochse Junge Aber ich mag die Nurse nicht, die Scheiße Ich hoffe Mutter hat, lass doch was 2, dann kann ich den spielen Früher hat man den ersten Ja jetzt aber auch nur für morgen Die Grafik schreckt mich so sehr ab Wenn ich, wenn ich das PS5 Remake hätte, dann ja Ja Aber hab ich halt nicht, ne? Nö Ja klar Ja Nö er ist weg er holt ab von mir eben da gibt es noch eine dritte seite leben geht in den schrank und was zu uns ja goofy ass rescue kommt zu uns kann mich alle eilen warte mal hier ist die kiste wenn du zu rescue boys kommst dann ja erwartet hier ist es gedroppt so behindert ich zeige ich schick dir mal gleich ein video papa wenn ich es finde daran erinnert mich dieser wort die ganze zeit dort ist gerade irgendwie dass ich mir den ziel wie guter von spartan das ist so eine szene mit aussichter fleischbällchen von diesem polizisten da wieder auf den mänkern zu rennen in der szene das sieht so lustig aus also wenn er käme dann lassen wir zurück er kämpft nicht nein nein glaube nicht kommt er zum tor ich will der puls hier alle von euch nah dran haben ja ich habe aber ich habe ich habe hier pols wir müssen immer noch weil ich glaube der eiert hier rum also wie viele dinger kriegt man eigentlich für den tod am die punkte normales weil irgendjemand von uns muss jetzt holen gehen ich bin da ich bin da zurück ich habe gerade tausend nutpunkte für ein foto bekommen ist das normal werkt es noch denn ja ich glaube der tunnelt ja ja können wir doch alle bewusst werkstatt wird werkstatt ist was denn ja 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 bist du da wo noch wo soll sieben der wir haben auch beim recht recht werkstatt die guckt vom haupttor aus sahen recht oh mein gott oh mein gott zahlen ist hessen geht doch weg warum hat er jetzt kein torradius da brauchen wir jetzt westgasse wollen da ist noch ein generator hinter dem gelben bus er hat mich durch die palette bekommen guck mal ich stand an der palette er kam angeflickt ich habe die palette gedroppt ich war hier eigentlich hinter der palette er hat mich aber dann bis vor die palette gezogen und mit der palette gestand ich habe mich habe ich habe mich selber nicht wahrscheinlich nicht geklippt der also das ist ja boden was war das denn lewin hm jeder ist doch hier ja klar ja gerade juli genau glaube ich näht sich mehr ja ja doch nee doch ja juli hau doch mal ab juli hau doch mal ab hälfte hab ich der one halter hat er die juli losgelassen hm ne warum ist die juli nicht one shot ja hab ich wundermit was bringt das weiß ich nicht ich dachte er wird one shot aber wo bist du denn denn im gelben bus dahinter ja aber julie läuft hier rum kann ich weitermachen hinter der werkstatt ist ein schrank gezogen gefangen angesprungen wie so ein kanikel der bau ist bei mir näher gelassen mich losgelassen er hat was zerstört ist glaube ich das gerade in richtung zu uns ich sage ich folgte immer schluck dir mal weg ich mach den jen fällig nee er ist weg verfolgt mir nicht weiter und wir uns schliegen hier sind zwei denn schon mal ne doch haben wir neben der werkstatt neben der werkstatt und hier direkt beim bus das ist alles aneinander und das ist so gut sie geht ja die ganze Zeit zurück dann ist das so aber mein denn ist fast durch neben der werkstatt jagte dich noch kommen ja neben der werkstatt schade hätte er klacken können das ist jetzt durch gar ob der kommt wo bist du denn ab gelben bus nicht ne nee ich bin fertig ja der kommt noch nicht zu dir der geht erst mal zum jenneren bus ja pechbar für ihn ähm an der schick ist ein tor genau das wäre sehr cool aufzumachen als bei mir bei mir ist kein terroradius aber jetzt ist er bei mir gewesen der ist bei mir dann vorbeilaufen kommt aufs tor zu ich bin gleich tot ich freue mich, ich komme oh mein Gott zu meinem tor oder wohin ich komme jetzt zu deinem tor Junge oh mein ich komme jetzt raus ich komme raus und passt runter nein ich hätte noch blocken können raus 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 scheiße wesker so viel wiskas geschliffelt der war schlecht ich fand den jetzt auch nicht gut ich also der hat mehrmals Schlag verfehlt dann so auch seine Auszeit auch sein oder sein singen im Ausgangstor weil das einfach so lang ist da kann man halt nicht lachen auch sein 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 nennt sich das schub was er da macht ja ja das meine ich nur deswegen habe ich meine bekommen ja aber er hat das sehr oft verkackt bei mir sehr oft hatte bei mir auch mehrmals und Hunger hatte er auch gehabt ja was hat er gehabt seine drei Perks naja ja d du hast ihn wohl nicht geschafft die Trophäe zu machen